was geht leute ich hoffe euch geht es gut sonntag neue folge heute sehen wir uns aus hannover was ihr hier im hintergrund seht ist ich glaube der bekannteste türkische laden in und um hannover und das ist Ösürfa. Ösürfa gibt es hier schon seit über 25 jahren heute gehen wir ein bisschen rein Mehmet zeigt uns mal so ein zwei sachen beziehungsweise möchte ich euch auf jeden fall den Esme zeigen so ein paar spieße definitiv weil die sind wirklich grandios auf die idee hat mich fertig gebracht kunabiz ich danke dir dafür den adana spieß werden wir heute in ehren für dich essen und dann gucken wir mal was noch so ein zwei kleine köstlichkeiten gibt auf jeden fall gehen wir erstmal rein und dann machen wir mal so ein kleines entree mit einem schönen essen mit ein bisschen brot ich glaube die machen das alles drin selber ich bin sehr sehr gespannt dass man like aber da ich bin wirklich sehr sehr dankbar wenn ihr das macht also in dem sinne rein jetzt hier in den lachs also wir sind hier mit dem Mehmet der hat mich heute hier in empfang genommen wird mich so ein bisschen durchführen ist meine ansprechpartner heute Mehmet Ösürfa ich glaube jeder in hannover weiß wie lange es Ösürfa schon gibt beziehungsweise jeder kennt Ösürfa hier in hannover ich glaube seit 25 jahren seid ihr hier schon 28 jahre schon so 28 jahre bist du auch schon so lange hier ist das ja ja es ist kompletter familienbetrieb hier oder familienbetrieb ja schön ich würde gerne ein Essen so ein bisschen auf dem Teller kannst du auch essen unsere Essen ist alles nur alles naturales Essen mit Holzkohle und selbstgemachte Sachen ist keine gefrierende Sachen dabei nur frische Fleisch jeden Morgen kommt frische Fleisch so weit der Tag fangen an es weitermachen verkaufen und deswegen ist es bei uns keine gefrierende Flasch und alles Holzkohle und mit Holz gemacht ja schön ich freue mich jetzt und Ösürfa ist jeden kennt das in hannover oder Niedersachsen oder Deutschland kommt viele Leute ist bekannter Restaurant ja sehr das muss jeder kennen auf jeden Fall ja was heißt Ösürfa eigentlich genau das hat ja eine bedeutung? Ösürfa ist unser Stadtname unsere Stadtname wir haben auch unsere Restaurant gemacht Ok verstehe ja Leute jetzt habt ihr ja wieder was gelernt ich auch ne? Gelbgrün unsere Fußball ja natürlich ok und das Gelbgrün das ist Ösürfa ist Ösürfa ist Ösürfa ist Ösürfa ist Ösürfa ja das haben wir gemacht ja perfekt verstehe das macht das macht Sinn ja das stimmt gut dann äh ja ich finde so ein bisschen Brot ein bisschen Essen und so als kleine Starter perfekt dankeschön dankeschön guck mal Leute genau so habe ich mir das vorgestellt erst mal schöner Teller bisschen Essen bisschen Jajic bisschen Joghurt oben drauf noch bisschen Öl perfekt super dankeschön lass mich schmecken danke dir vielen Dank das Brot mit dir auch selber alles ne? alles selber machen das Ofen kannst du auch auf Ofenzeit machen Ofenrohrzeit gucken wir uns einmal schnell den Ofen ja guck mal Leute alles Holz kein Gas oder sonst irgendwas Hammer das sieht gut aus mein Gott ich freue mich schon allein auf Essen jetzt noch guck mal hier werden schön die Paprika gegrillt boah top die kommt dann zu den Grilltellern und so ne? ja machen wir auf Grillteller jeweils eins oder zwei wie gewünscht ja dann Tomaten, gebratene Tomaten und so gebratene Fleisch was sie möchten jetzt erst mal ein bisschen Essen und dann komm ich gleich nochmal zu dir okay machen wir gerne okay Leute schaut euch das mal an hier haben wir Esme da ist ganz normal Joghurt da haben wir Jajic also Tzatziki ich glaube das ist auch ein bisschen mit Minze hier und so werden wir gleich mal gemeinsam probieren das frische Brot hier schön warm noch perfekte Konsistenz ich bin wirklich sehr sehr gespannt Leute boah also hier Esme nochmal dazu ihr habt schon öfter mal gehört bei mir Esme ist quasi so eine ja Paprikapaste so Paprikamar kommt da rein gehackselte, gehäckselte Paprika, Tomate, Zwiebeln ich weiß gar nicht was ist noch drin in Esme? Bibi, Paprika Chili auch noch Chili auch noch Tomaten Boah Chipomaten Petersilie Burkern auch noch drin Boah Minze? Minze auch ein bisschen ja auch drin Boah ich hoffe ja alles ist alles drin ich muss jetzt sofort probieren weil ich bin da übrigens zu Essen mit Fan Leute erstmal pur einfach nur mit der Gabel Boah also das ist die pure Geschmacksexplosion man die Säure kommt durch dann ein bisschen Schärfe die Petersilie beziehungsweise die Gewürze die Chili Flocken wenn man drauf beißen so super scharf nochmal im Nachgang Zwiebelchen es ist wirklich alles mit der das ist so brutal wie haben wir dann noch den Tzatziki den oder das keine Ahnung einmal hier rein Boah schön die frischen Gurken aber auch diese Ratio dieses Verhältnis Gurke Joghurt ist wirklich perfekt auch nicht zu zu mächtig sag ich mal das ist eher so ein leichter Tzatziki nicht so wie beim Griechen wo wirklich dieser Fettgehalt im Joghurt sehr sehr hoch ist perfekt einmal hier noch den Joghurt ganz normal ist Naturjoghurt aber auch richtig schön cremig Alter und jetzt mal ein schön Stückchen Brot also das Beste was ihr machen könnt ob jetzt hier oder generell bisschen Esme aufs Brot aufs frischem Brot oben drauf und geht mit Boah Mehmet Esme ist sehr sehr gut sehr sehr gut schön fruchtig scharf süß alles sauer alles dabei alles dabei alles dabei wirklich das ist wirklich das Schlimme egal wo ich bin so vor Spaltenmäßig kann ich mich so voll fressen in der Regel damit aber ne ne ich muss hier aufpassen aber eigentlich die sind so süße die kümmern sich die kümmern sich auf mich das ist wirklich richtig schön ich fühle mich wirklich wie zu Hause jetzt tatsächlich ehrlich ey ich glaube jetzt langsam könnte ich aber auch so ein Stückchen Fleisch vertragen damit sagte ich schon wir kriegen eine schöne Grillplatte da ist alles ein bisschen drauf sehr sehr gespannt wie das wie der Geschmack ist ich muss euch ganz ehrlich sagen ich habe hier eigentlich immer nur Dönerfleisch gegessen aber weißt du was das machen wir jetzt erstmal wir probieren jetzt mal ein bisschen Hähnchen und ein bisschen kalt das machen wir jetzt das war ein guter Startup das war sehr sehr gut sehr sehr gut aber guck mal weißt du was mich anlacht ist das Fleisch da im Hintergrund ja kann ich so eine kleine Portion ist das Japprak ja das ist Japprak ja Japprak nur nur Kanymed ah ok perfekt nur Fleisch so ein bisschen Hähnchen ein bisschen Japprak auf so einem ganz kleinen Teller einmal zu probieren das wäre super ja danke schön Boah das ist so knusprig ne das ist ja unglaublich ja Boah Dankeschön vielen Dankeschön also Leute was wir hier auf dem Teller haben ist der Buchegeschmack ich halte schon meine Nase hier rein ich kann nicht mehr aber ich muss jetzt sofort reinbeißen ich hab das Hähnchenfleisch gerade gesehen das ist wirklich von einem anderen Stern dann der Japprak Spieß hier natürlich ganz ehrlich alles andere hätte mich gewundert also Japprak Spieß normal schön Schichtfleisch kein Mett dazwischen gar nix Boah Leute komm lass uns mal hier gemeinsam mal probieren sorry das Fleisch Ja, wir kaufen nicht was. Ich meine, wir kaufen nicht das. Die machen selber auch das Fleisch? Ja, die machen es selber. Habt ihr gehört? Die machen das Fleisch komplett auch selber. Das ist selber. Die machen es selber. Boah, aber da schmeckt man auch, Mann. Ey, wie soll ich euch dieses Hähnchen beschreiben? Es ist wirklich so, als würdet ihr in so ein Grillhähnchen von so einem Wagen reinbeißen. Nur dieser Geschmack ist durchgängig. Diese krosse Außen habt ihr eigentlich nur bei dieser Grillhähnchen Haut, sag ich mal. Und hier ist es wirklich fast bei jedem Wissen. Trotzdem immer noch super saftig. Boah, das ist wirklich krank, Alter. Boah, diese Würze ist heftig, Alter. Ist wirklich heftig. Boah, ein bisschen Jappler geht jetzt. Ein bisschen Jappler geht jetzt hier. Super krank. Auch perfekt Gewürz, man. Geiles Fleisch. Und ich wusste wirklich nicht, dass die die Spieße hier selber machen. Das ist wirklich kranker Scheiß, Alter. Ich sag euch ganz, Hähnchen ist mein Favorit hier. Boah, ich schwörs euch, das ist krank. Machen wir beides gemischt. Und dann ein bisschen Essen noch oben drauf. Jetzt machen wir noch einen Körn, Geimtipp. Ein bisschen Essen drauf. Ein bisschen Joghurt. Und da legen wir jetzt eine Scheibe Hähnchenfleisch drauf. Ich kann nicht mehr, Leute. Es ist so gut, Mann. Also, Mehmet. Ja? Fleisch ist wirklich der Knaller. War gut. Dieses Hähnchen. Was macht ihr damit? Ja, wir machen für eine Gewürze. Gewürze, selbstgemachte Döner ist ganz anders. Ja, auf jeden Fall. Wir geben unsere Ölsürfer Gewürze. Ja. Ölsürfer, wir machen direkt von unserer Heimatholen. Okay. Und Heimat, wir machen Gewürze von hier bei Fleisch drauf machen und fertig machen. So sie machen. Selbst 24 Stunden auf, 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 ja. Und fertig machen. Und lassen. Und am nächsten Tag fangen an auf die Spitze drauf machen. Und direkt am Feuer. Frisch und saftig. Frisch und saftig. Ich glaube, ihr habt es gerade gesehen, was man meinte mit frisch und saftig. Weil das war von einem anderen Stand. Also wirklich dieses Hähnchenfleisch war super Grillhähnchen. Aber ich sag's euch wirklich. Und dieses krosse außen noch mit dem Essen noch dazu. So ein bisschen oben drauf. Aber ganz ehrlich, es wird auch einfach so reichen, das so pur zu essen ohne irgendwas. Weil das Aroma einfach perfekt ist. Also, lasst uns mal gucken, was die jetzt hier schönes für mich zaubern. Leute, guckt euch mal in diese Lager. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Die gehen alle heute weg? Die gehen alle. Bestimmt, ne? Stimmt. Aber ganz ehrlich, wenn ich hier diesen Ayran, wenn ich den Ayran hier sehe, Ich glaube, so einen Ayran würde ich gerne probieren von euch. Alles klar. Ja? Okay, wir probieren jetzt hier mal gemeinsam den Ayran. Ayran ist Joghurt einfach so. Mit Joghurt gemacht, ja. Joghurt und Wasser? Oder wie ist Ayran? Oder wie macht man das? Ayran mit normalem Wasser, ja. Ja, okay. Sauberes Wasser. Und Wasser gemacht sein. Und natürlich mit Salz und so. Ja, genau. Alles mit gemacht sein. Ja. Das sind gesunde Sachen, ne? Besser. Besser wie Cola. Besser wie Fanta. Mit Mineral. Ja, ja, stimmt. Besser wie allen, ne? Das sind gesunde Sachen. Probier jetzt hier mal einmal Ayran. Boah, es ist wirklich so ein Joghurt trinkt tatsächlich. Schön salzig, schön gut salzig. Normalerweise, ich musste mal auch selber Salz klein machen in Ayran. Aber der ist wirklich, der ist wirklich sehr, sehr gut. Boah, schön cremig. Ist natürlich nicht so das Wetter für Ayran jetzt. Am besten feiere ich das im Sommer und so. Aber jetzt so ein bisschen herzhaften Essen, ne? Ein bisschen, um das Ganze zu neutralisieren, ist da sehr, sehr gut. Auch die Schärfe vom Esme, wenn wir gleich den Grillteller essen, oh, dann werden wir richtig durchdrehen. Und dann neutralisieren wir einmal alle schnell. Guck mal hier das Brot. Das ist für Durim und sowas, ne? Das machen wir dann. Durim, Flakmajur, Flakmajur. Das macht ihr immer auf den Gestorben, ganz frisch, ja, ne? Ja, immer. Guck mal, da noch mal in den Ofen reinhinken. Zack. Guck mal, zack. Und da könnt ihr ja so ein Düdöl mit eingerollt, das Fleisch, das Spieß. Guck mal. Gut. Sehr gut. Sehr gut. Honig, ne? So geht auch. Einmal ein bisschen Werbung für TikTok hier. Einmal reinfolgen, jeder, bitte. Ach, siehst du live? Manchmal machst du hier live? Ja. Was steht mir los? 1905. Was heißt Guess? Bella Tussana? Ja, ehrlich? Jetzt hab ich doch gewusst. Okay, einmal jeder reinfolgen, dann bitte. Und immer schön wilde Videos hier von unserem Fall sehen. Bis früh um 4 Uhr. Ja? Bestimmt die sind 400 von vorne. Ja, das haben wir schon möglich, ja? Boah. Boah. Also, ihr habt's gehört. Lasst euch nicht täuschen, nur weil jetzt hier nichts los ist. Wir haben Samstagmorgen, ich bin um 11 Uhr hier gewesen, kurz nach 11 Uhr, ne? Das braucht immer so ein bisschen natürlich, ne? Abends, Nachmittags, Leute sind in der Stadt, komm hierher, zack, fertig. Komm noch mal schnell was essen, oder? Also wirklich jetzt mal, ich glaub von 9 bis 4 Uhr auf habt ihr auf, ne? 24 Stunden. 24 Stunden? Boah, okay, auf der Internetseite stand 9 bis 4, aber der sagt ja 24 Stunden. Das bietet sich auch an, das bietet sich auch an. So, jetzt einmal Lahmspieß. Ja. Und einmal gehacktes Adana-Spieß. Oh, was ist das? Hähnchen? Das ist Hähnchen. Boah, wenn das so schmeckt wie das Spiesshähnchen, dann flippe ich aus. Ja. Und das ist dann so der Grillteller, den ihr hier lahmt habt? Ja, der gemischte Grillteller. Heißt Ösürfa. Ne? Tomatenpäschen machen wir auch. Ja, ich bin nicht so der Fan von Tomaten, muss ich ganz ehrlich sagen. Ne, das ist einfach so, wie das ist. Aber davon will ich definitiv ein Fan. Keine Probleme. Wahnsinn, wirklich. Salat? Bisschen Salat, aber auch Fleischchen. Okay. Lieber Fleisch. Okay. Was kostet so ein Grillteller bei euch? So, momentan 22 Euro. 22 Euro, gut. Aber da ist auch ordentlich was drauf und alles frisch ist. Ja. Islamfleisch, ne? Ja, gut, das kostet natürlich. Ja. Das stimmt. Joghurt, aufhängende Joghurt heißt das. Das ist kein Wasser drin, ne? Okay. Ja, das ist alles Wasser wird ab. Ja. Und das bleibt einfach Joghurt. Ah. Angehängende Joghurt heißt das. Bei uns damals ist Oma und so immer so gemacht, ne? Ja, okay. Alles in der Familientradition. Witzel, schön. Ja. Was ist das denn hier? Guck mal. So, das ist auch klein Lahmacun. Ein wenig Lahmacun. Heißt Fendek. Ja. Fendek Lahmacun. Und das auch gehört dazu. Haha, perfekt. Was ist das? Das ist Gewürz. Sumak. Sumak. Ja. Das ist Granata für so sein. Ja, das benutzt man viel in der orientalischen türkischen Küche generell, ne? Das ist süß, sauer. Auch schmeckt sehr gut, ne? Das war auch im Essen mit drin. Kann das sein? Ist auch ein bisschen oben. Ja. Ja, okay. Weil das hat nicht wirklich geschmeckt. Sehr gut. So, das ist Wohlkohl. Kennen Sie bestimmt? Ja, natürlich. Das kommt immer hier rauf. Ja. Boah. Das ist Adana, richtig? Das ist Adana. Ja. Jetzt haben wir hier das Lamm, München-Kotelett. Das ist München-Kotelett. Mein Gott. Schaffe ich das alles? Wenn nicht, kann ich mitnehmen, ne? Ja. Sehr gut. So, Paprika. Perfekt. Für Sie dreimal. Oh, dankeschön. So, jetzt kommt Fündig-Lachmarjun. Was heißt Fündig? Klein oder? Fündig heißt Haselnuss eigentlich. Das ist klein, ne? Okay. Sag mal Fündig-Lachmarjun. Okay, jetzt verstehe ich. Sehr gut. Oh, das ist der Teller. Das ist der Teller, so. Und das. Wow. Perfekt, oder so? Ja, genau. Ja. Okay, bevor ich euch den Teller hier zeige, ich muss diese kleinen Lachmarjun essen, weil der sieht so grandios aus. Boah, der hat so ein schönes Grillaroma irgendwie. Ja gut, der kommt wohl wahrscheinlich vom Fleisch jetzt, aber... Super schön saftig, auch nicht zu zerhackt, also nicht zu fein. Das, was auf dem Lachmarjun oben drauf kommt, das Fleisch, Tomaten, Paprika etc. Gibt natürlich Petersilie wieder mit drin, alles drin. Es ist super fresh, schön ölig, ja genau das liebe ich ja. Guckt euch jetzt auch nochmal hier das Brot an und das ist wirklich perfekt abgestimmt. Und was Findeck heißt, Haselus Lachmarjun, ihr habt es gerade gehört. Guter Starter für den Grillteller. Und den zeige ich euch jetzt nochmal im Detail in den Grillteller. Okay, checkt das mal aus, jetzt. Ich zeig euch mal so ein bisschen was. Hier haben wir das Lamm, ihr seht schon super, super gut gebraten. Ich bin jetzt mal sehr auf den... Ich bin jetzt mal sehr auf den Geschmack gestanden. Also ganz ehrlich, diese Grillaromen. Wenn mir einer sagt, man schmeckt nicht den Unterschied zwischen Gas und Holzkohlegrill, kann ich leider nicht ernst nehmen. Und das, was wir hier an Aromen haben, ist mächtig gut. Das Lamm hat einen super guten Geschmack. Das ist überhaupt nicht dieses, was man sonst so kennt. Dieses Lamm, was so super intensiv schmeckt. Überhaupt nicht. Super zart gebraten. Das geht wirklich im Mund. Zerfällt es einfach. Ihr müsst nicht mal doll beißen. Ihr könnt das tatsächlich sogar mit einem Löffel durchschneiden. Und so zart ist das Ganze. Wir gehen jetzt hier mal weiter. Jetzt haben wir hier das Hähnchen Kotelett, was ich euch jetzt mal zeigen werde. Gönnt euch das, Leute. Guckt euch mal an, wie das aussieht. Natürlich ist das auch wieder mariniert. Wie natürlich der ganze Rest hier. Ich schneide jetzt mal ein Stückchen ab hier. Das müsst ihr sehen. Das müsst ihr sehen, Mann. Das zerfällt schon in seine Einzelteile hier einfach komplett. Guckt mal, wie... Ihr könnt es auch wieder abreißen. Ihr braucht gar kein Messer. Auch dem bisschen freut mich wirklich wunderbar. Wirklich dieses Zusammenspiel aus den Geilgewürzen bei dem Hähnchen. Das Holzkohlaroma. Das ist so gut, Mann. Es ist so zart. Gutes Fleisch. Ihr seht, diese Marinade hier. Die geht auch zwischen die Schichten. Und immer mal wieder dieser kleine Crunch. Von diesen geilen Röstaromen. Wow, es macht so Spaß. Wirklich macht so Spaß, ne? Schaut mal hier. Hier haben wir das Lamm. Hier seht ihr es auch. Es ist super perfekt gebraten. Es ist, ne? Aber egal. Du wisst ja, dass alles perfekt gebraten ist. Aber ich werde jetzt mal reinbeißen. Ey. Das ist noch geiler als dieser Lamm-Spieß. Ihr wisst mal, was ich meine. Das ist davor. Boah, das ist wirklich... Also, ich... Ganz ehrlich. Gibt es nicht umsonst seit 28 Jahren hier. Am gleichen Standort. Die Konsistenz ist wirklich unglaublich. Du beißt drauf. Hast diesen Crunch von diesem Kohlen, von dem Kohlearoma, vom Grill. Du beißt weiter. Kommt der Flavor richtig von dem geilen Lamm raus. Aber auch niemals zu viel hier tatsächlich an der Stelle. Zwischendurch. Ich hoffe, die ist nicht scharf. Ein bisschen scharf, ja? Oh doch, jetzt kommt die. Aber nur ein ganz kurzer Kick. Juhuul. Oh doch, war doch ganz schön scharf. Ein bisschen scharf. Dafür ist der Eirand perfekt da. Und jetzt, Leute, jetzt kommen wir zum besagten Ananas-Spieß. Boah, Leute. Man sieht sogar schon diese ganzen einzelnen Gewürze und alles. Großtessen. Ah. Lecker. Hallo. Keine Ahnung, wo da jetzt diese süßliche Note herkommt, Mann. Ey, ich kann euch nicht mal, also, ich bin nicht der, also, ich kann euch nicht mal sagen, was das Beste an diesem Teller ist. Ich kann's euch wirklich nicht sagen, weil alles ist auf seine Art und Weise perfekt. Also, Moment. Das ist der Wahnsinn. Ja. Das ist wirklich der Wahnsinn. Ja. Das ist sehr, sehr gut. Ja. Ist auch der erste Grill Teller, den ich hier esse. Und ich glaube nicht der letzte. Ja. Nicht der letzte auf gar keinen Fall. Ich hab mich durchgekämpft. Was heißt durchgekämpft? Ich hab's durch und durch genossen. Guck mal hier. Ich kann's euch nicht oft genug sagen, Leute. Das war wirklich krank, Mann. Kommt bitte hierher und esst mal so einen Grill Teller. Oder einfach nur Hähnchenfleisch. Japp oder Kalb. Egal was, es ist wirklich alles on point, Mann. Es ist alles wirklich on point. Und ihr wisst ganz genau, wenn mir was nicht so schmeckt, dann sag ich das auch. Aber das ist hier überhaupt nicht eingetreten in dieser Fall. Oh, wisst ihr was das geilste ist am Ende? Das Getränk mit dieser roten Banderole. Das kommt am Ende nochmal richtig geil. Ich bin outstanding begeistert. Wirklich outstanding begeistert, Leute. Echt. Bitte schreibt mir mal, wenn ihr hier wart, oder wenn ihr schon mal hier wart, in die Kommentare, wie es euch so gefällt. Ich sag euch ganz ehrlich, am Wochenende ist es ja natürlich voll. Dann ist es super stressig. Dann kann man sich nicht so viel Zeit nehmen für jeden einzelnen Gast. Naja, gar keine Frage. Aber wirklich, das war 1 plus mit Sternchen. Das Ganze drumherum hier. Ich bin im Himmel hier tatsächlich. Tee habe ich hier gerade auch noch bekommen. Zucker. Dankeschön. Perfekt. Also wirklich, das ist echt pure Gastfreundschaft hier. Es ist wirklich einfach schön, Mann. Es ist einfach schön. Ich war wirklich richtig müde heute Morgen, aber der Kopf sich rein. Komm, was willst du essen? Was willst du trinken? Brauchst du irgendwas? Komm hier, guck mal da. Probier mal hier. Es ist wirklich so. Es ist so schön, ehrlich. Und das lebe ich dann im ganzen Jahr. Mit so verschiedenen Kulturen, mit verschiedenen Menschen einfach. Das ist das, warum ich den ganzen Scheiß hier überhaupt machen. Und natürlich, weil man nochmal gut essen kann. Gar keine Frage. Aber ihr wisst, glaube ich, schon, was ich damit meine. Jetzt kommt ihr auch noch Besuch rein. Tobi. Tobi kommt noch zu Besuch. Komm mal rein, ihr Lümmel. Tobi ist jetzt mit dazu gekommen, zur Teeverköstigung. Und? Was sagen sie? Aha, heiß. Aber lecker. Wirkt. Und der Tee, ich sag's euch, das ist wirklich der Klassiker. Muss am Ende sein. Ohne Tee geht's gar nicht nach dem Türk. Ohne, wenn du ohne keinen Tee getrunken hast, darfst du gar nicht den Laden verlassen. Das ist so. Merit. Ich möchte mich wirklich sehr bei euch bedanken, bei dem ganzen Team. Vor allem bei dir. Bei euch allen. Eigentlich bei euch allen. Weil es war wirklich sehr, sehr schön bei euch. Die Gastfreundschaft. Das Essen vor allem natürlich. Das hat mir wirklich sehr, sehr gefallen. Okay, dankeschön. Ich bedanke mich wirklich von ganzem Herzen. Alles gut. Dankeschön. Wir sehen uns nächste Mann. Das auf jeden Fall. Wenn ich in Hannover bin, Leute, könnt ihr auf jeden Fall darauf verlassen, dass ich hier wieder herkomme und was esse. Ich muss hier natürlich auch bei euch allen auch. Vielen, vielen Dank. Das war wirklich super. Ich bedanke mich. Hier auch einmal die komplette Runde machen. Leute, ich verabschiede mich auch von euch jetzt. Einen schönen Sonntag wünsche ich euch noch. Lasst euch gut gehen. Kommt hier vorbei zu Ösertfa. Steintor. Ich brauche nicht sagen, die Adresse einfach Ösertfa. Steintor. Goethestraße 8. Okay, Goethestraße 8. Einmal doch die Adresse für euch. Kommt vorbei und esst einmal einen Grillteller. Esst das Hähnchenfleisch. Esst ein Lahmacun. Esst eigentlich alles. Ihr könnt alles essen. Alter Restaurant. 30 Jahre fast. Fast 30 Jahre. Wenn man jetzt sagt so weit. 28 Jahre habe ich gelernt. Also. Gibt es nicht umsonst seit 28 Jahren. Ich wünsche euch was. Adios. Adios. Erste Hand beste. Erste Hand beste. So wie bei Autos. So wie bei Autos. Also. In dem Sinne. Einen schönen Sonntag. Ciao. Da. 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 Da.